Die Katharine Weisgaberschule soll eine Schule sein, an der jedes Kind willkommen ist. Gemeinsam bauen wir Schule und das jeden Tag. Lernen soll an verschiedenen Orten stattfinden. Dabei ist uns wichtig ein respektvoller Umgang miteinander und mit der Natur und das müssen wir jeden Tag üben. Wir sind froh mit der Bildungsvielfalt, die wir an der Gemeinschaftsschule im Saarland haben. An der Katharine Weisgaberschule können unterschiedliche Abschlüsse abgelegt werden. Vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur ist alles möglich. Ich finde die Klassentage, die wir regelmäßig an der Schule machen, cool, weil wir da das besprechen, was uns interessiert in der Klassengemeinschaft. Wir rauben keine Träume, wir basteln aber auch keine Hirngespinste. Wir schauen nach den Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Schüler und nach ihren Begabungen. Wir bauen diese aus und helfen ihnen auf ihrem Weg. Unsere Schüler sollen neugierig bleiben und Probleme als Herausforderung ansehen und diese bewältigen lernen. Dazu braucht man Durchhaltevermögen. Ich will hier auf der Schule mittlere Reife machen und nach dieser mittleren Reife weiter mein Abitur machen. Ich finde die Schule besonders, weil sie sehr vielfältig ist und ich sehr viel Unterstützung, egal wohin, von den Lehrern bekomme. An der Schule finde ich es cool, zum Beispiel gerade die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern, die wir lernen, weil es ist nicht 100% ernst, sondern es wird auch immer mal mit Spaß gehandelt und so macht der Unterricht auch Spaß. Und man ist halt nicht so in dieser Phase, wo man sich so denkt, okay, jetzt wird alles richtig schwierig, sondern die Lehrer geben einem dann auch mal Hilfe, sodass man das halt auch richtig versteht und auch mit Spaß verstehen kann, auch mit Spaß lernen kann in der Schule. Und auch die Schulgemeinschaft generell unter den Schülern ist sehr stark. Das merkt man immer wieder, wenn es Konflikte gibt. Und das gefällt mir extrem gut an der Schule. Wir möchten, dass unsere Schülerinnen und Schüler selbstbewusst stark und mutig in die Zukunft gehen und dann als Gewinner unsere Schule verlassen. Bis zum nächsten Mal auf den leiten Untertitelung des ZDF, 2020